ja ja am pc liegt es nicht das ist leider alles spielangelegenheit richtig mies programmiert passt auf es bauen so viele bots mittlerweile ich habe vorher beim cotton gesehen der hat innerhalb kürzester zeit zehn bots weggeholt vor uns auf der brücke sei vorsichtig die schießen immer noch so oder wieder so gut wo ist er ja da hinten ist noch einer vor dem kleinen laden wo steht man gefallen komm mal her und blute die pistole von dem und kuck ob waffenwechsel was bringt mache ich magazine sind auch noch in der hier wo war das hier hier an der mauer am bus jetzt runter an die nennt man das an die ecke hier guck ob ich den spot vor dem laden erwisch ich sehen zumindest mal sehen wir nicht hab ihn da hinten ist noch einer schießt einer hinter mir oder was ist hier los das war ich alter hat es geholfen buschi nein ich habe es jetzt versucht am boden zu werfen das geht auch nicht außer dass jetzt bringt im inventar scheiße also leistungstechnisch hat der patch definitiv nichts gebracht schau mal nach siehst du es auch bei mir wie ich die waffe halte ich habe das spiel auch schon mit nur 10 50 ti gut gespielt also das ist es ist leider wirklich so dass das die engine oder die programmierung von dem ganzen von schnellen rechnen überhaupt nicht profitiert kommt zu euch wieder ja lass uns über die baustelle gehen ich kann dir gleich meine einstellungen zeigen ich habe nicht alles auf max einfach weil das spiel manchmal so probleme macht ich habe interessanterweise muss ich auch level of detail runter stellen weil sonst die fps komplett in keller gehen wir können sobald ich hier fertig bin mit der runde zeige ich euch meine grafikeinstellungen der großteil ist auf ultra und 2540 x 1440 er 2560 x 1440 ich gehe ganz links lang aber was 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 hier ist ein Skypegewerse hab ihn alter Schwede ganz links hat er was dabei gehabt ja ich bin jetzt links zwischen den Containern sorry dass ich nichts klar gesagt habe ich der hat mega gedeckt ich gehe mal vor zum großen durchbruch in der hoffnung dass mir nicht gleich wie das schon scheiß dass es einen one shot gibt ja da unten ist einer hab ihn plötzlich rennt der los meine fresse an der Bushaltestelle hab ihn pass auf da können deutlich mehr sein als bisher ich weiß wo seid ihr jetzt an der Baustelle vorne rennst du unten an der Mauer entlang ne also ich bin hier Bushi Bushi ja ich geh schon weiter grad ja ich geh schon weiter grad ich hoffe nicht da wo geschossen wird und plötzlich ist er weg ach manchmal liebe ich es einfach riesig renn da in den Wald rein das bist du ja ja ich versuche hier grad zu lupen ok ich glaube wir müssen bald aufhören in der Gruppe zu spielen ja das ist so schlimm wo ist der Bushi der ist weiter gerannt ich hoffe nicht da wo geschossen wird ohja dort aber das war auch der Sinn vorne bei der Tankstelle steht einer ok na komm jetzt hört schneller 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 ich komm jetzt auch vor gerannt auf der Brücke oder wo hast du ihn gesehen? na bei der Tankstelle vorne ok oh hier links ist was links links von uns 100 pro hinter dem wot ich würd gern probieren ob ich Granaten werfen kann geh weg na kann ich auch nicht oh ich weiß dass mich das töten wird was ich hier grade mach hä dachte ich hätte da einen gesehen hinter mir hinter mir hinter mir oh fuck Abi holy shit holy shit alter ja das sind packen dauert bei jedem drei Stunden ja in der Factory komme ich auch auf endlos viel FPS das ist einfach mit der Sichtweite zu tun im Spiel glaube ich hat mich irgendwas angeschossen oder was habe ich hier mit meinen Beinen gemacht ja der Typ hat da grad mega auf dich naja der hat mich aber nicht getroffen soweit ich gesehen habe seid ihr noch bei mir? ne wir gehen fort zur Brücke ok 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 ich komm jetzt auch den hinter euch ne ok ich komm jetzt auch den hinter euch ne mhm ich hab den ich hab den da muss aber noch was rein da ist noch ne Shotgun ziemlich in der Nähe und die schießt das weiß der Geier welche Entfernung ach renn doch nicht meine Fresse drückst die scheiß rennt haste zum hast du ihn? ja ja zum anvisieren und plötzlich rennt dein Typ los ey ich kann nicht immer mehr ja Bushi hast grad geleckt wie Sau wieder oh ne voller AK nehme ich doch die aber ich hab Platz für beides Sollen wir die Abkürzung gehen oder? ja können wir machen schließt schon mal auf deckt mich jemand ich bin noch am looten kann wieder nicht aufstehen also den Bug haben sie nicht behoben dass man nach dem Knien irgendwann nicht aufstehen kann kann die Tür auch nicht aufmachen dass die Leute hier rumleckt alter übel bei mir ist die Tür oh man ich bin hier plötzlich nach hinten gespawnt also die Tür verursacht immer noch die D-Sings mach die Tür zu und wieder auf bitte oder auf weil bei mir ist sie zu ja Leute lasst hier nicht durchgehen das macht grad keinen Sinn ich hör da schon einen Scaff der knallt euch gleich ab ja lass weiter gehen komm ja also ein Teil der D-Singsprobleme heißt definitiv nicht alle ich bin da ne oder doch mach mich nicht schattig ich bin gerade hängen geblieben ohne Witz der hat dich du warst aber verletzt oder na ich war komplett zu uns ich bin nur durch drüber sprungen ich werd von dem scheiß Scaff angeschossen das geilste ist wo hat der Scaff mich gesehen hast du ihn? ne der versteckt sich gut der weiß genau was er macht leck mich am Arsch Gott sei Dank hab ich 60er Magazine seht ihr diese Framedrops gerade ich weiß nicht was los ist aber das Spiel wirkt für mich gerade fast unzockbar das ist echt übel das ist unglaublich das soll man wechseln das macht keinen Spaß wenn du alles verlierst läufst du mich rum? ich bin hinter dir ja ok lass weiter zum Ausgang holy shit Leute heute ist wieder was los ja total überlastet und es hat glaube ich aber nicht nur mit den Servern zu tun also das heute ist echt übel vor allem diese Leckfotzenscheiße pass auf ich sehe hier noch keinen Scaff das heißt nichts gutes eine Patrouille Nixer alles schon geholt ja ich sehe aber keinen Toten das ist richtig oh da vorne am Eck sitzt er nicht hab ihn ich höre hier neben mir jemand ran hinter dem Gas-Container bin ich bin ich ich höre aber jemand schreien hinter der Mauer ok sei vorsichtig hier ja das ist hinter der Mauer pass auf der kommt angerannt glaube ich und rechts auch und rechts auch die kreisen jetzt gerade ein ich gehe kurz an den an den anderen Durchgang wieder und versuche da fortzuschießen ich habe einen hier an der Mauer hast du ihn? ich habe ihn ok das gefällt mir nicht hier wir müssen nochmal hier nach hinten weg das hier über die Gier boah natürlich schief der alter was ist denn hier gerade los? war hinter der Wand bricht er mir das Bein das ist doch zum Kotzen gerade also wir müssen zum Ausgang ja ja auf geht's ja im mittleren oder was? ja übel also sie haben ihr wort gehalten sie haben einen Teil der Desync-Probleme gelöst das wäre es gewesen wenn ich jetzt wegen dem Sprung hier verreckt wäre der ist offen Achtung mhm sauber oh meine Fresse also ich habe mein Scaf Ziel erreicht noch nicht voller Agro ja bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal